Hallo und herzlich willkommen bei Pillars of Eternity. Wir sind irgendwo hängengeblieben, das ist eine Woche her. Ich weiß gar nicht, ach ja. Moment, wir waren in den endlosen Faden von sonst wo und mussten hier irgendwie durch. Ich weiß gar nicht mehr. Doch, das habe ich so Pause zu Ende. Das habe ich schon gelootet, wenn ich mir die Karte angucke. Waren wir wirklich hier? Ich muss mich kurz fassen. Doch, ja. Irgendwie sind wir hier durchgekommen. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Wir gehen erstmal weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, da ist ein automatischer Feind gesichert. Ein Xaurib. Oh, da sind drei Xauribs. Dann einmal ganz kurz das. Dann den hier. Ich würde sagen, hier. So sieht das gut aus. Was bist du? Ach, du bist ja der Bard. Das stimmt, der macht irgendeine Musik. Weiß noch nicht was. Äh, was macht der denn da? Phrasen. Phrasen. Keine Ahnung, was Phrasen sind. Ich weiß das nicht. Wie sehen die denn hier aus? Sie sind alle gleich tot. Brauchen wir die nicht machen. Äh, hat der hier nicht ein... Hatte ich nicht hier irgendwie ein... Doch, das kann ich mal anwenden. So, da sind sie auch gleich down. Einfacher geht das nicht. Ja gut, den scheiß lasse ich... Oh, hier ist ein Schlüssel. Den nehme ich mal lieber liegen. Äh, den nehme ich... Den nehme ich mal lieber liegen. Genau. Den lasse ich mal lieber liegen. Was ist hier? Hier ist eine Tür. Eine schimmernde Energiewand versperrt. Diese Tür wäre ein Vorhang. Bla. Hier können wir wohl nicht weiter. Dann lassen wir das auch. Halt, da ist was zum Lootern. Und zwar ein Rapier. Ein, äh, Geisterschild und, äh... Irgendwas. Irgendein Gedöns, wie man das so nennt. Oh, da ist eine Spinne. Ich muss mal gucken, wie viele davon kommen. Oh, 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 oh. Da machen wir lieber, äh... Der hier macht einmal den. Der versucht es mal mit Niederwerfen. Ah, gleich mal Fehlschlag. Wunderbar. Was macht denn die hier? Flammen der Hingabe. Versuchen wir das mal. So, und du? Du hast bestimmt hier noch so einen lustigen... Jawoll. Ah, ganz schön ist das. So, du heilst jetzt mal den Kollegen. Und du machst mal hier deine... Äh, was war denn das? Feldlazarett. Äh, nee. Ich weiß gar nicht mehr, was das... Ach, so, der hat... Jetzt verstehe ich, wie das ging. So. Hier macht mal den hier platt kurz. Und jetzt macht er den platt. Wieso bist du jetzt rot? Ach so, der hat immer noch seinen... Oh. Der ist ja wirklich fast tot. Die war nicht ganz ohne, die Spinnchen. Aber auch sie mussten am Ende fallen. Fallen müssen sie alle. Ich weiß nicht, ob Spinnenbeine was bringen. Wir nehmen sie erst mal mit. Und, äh, ganz wichtig. Das habe ich jetzt vergessen. Natürlich das Autosafen. Oh, hier ist ein... Ach, du Scheiße. Ja. Ach, du Scheiße. Kann man den vielleicht einzeln pullen? Kann man nicht. Sehr gut. So. Du wieder den hier. Äh. Und gehst mal nach hier. Du. Machst mal ganz, ganz lieb den hier. So. Da ist er, da ist er down. Und... Du warst... Der Bade. Ach, das war jetzt hier... Nee. Ach, der war der Priester. Genau. Das war das. Hehe. Ihr habt mir einen Baden dazu gekriegt. Richtig. Da war ich noch nicht... Jetzt bin ich wieder im Bilde. Sehr schön. Und du machst mal die Eulen hier. So. Äh. Ups. Da würde ich sagen, gehst du erstmal ganz schnell weit, weit weg. Oh, oh. Und du machst mal hier schön heile, heile Gänzchen. Und jetzt machst du den alle. So. Und du machst nochmal den hier. Der ist nämlich ein bisschen härter. Ah, du kannst auch mal ruhig... Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ähm. Du machst den hier. So. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Du könntest ruhig mal... ...die hier umbolzen. Fehlschlag. Na toll. Äh. Du hast doch ein paar Heilzauber, oder? Wo war denn das? Segnung. Obwohl, das ist ein schöner Buff hier, glaube ich. Buffen wir mal. Yay. Voll am Buffen. Okay. Die beiden können den da umknolzen da. Und der macht jetzt da mit. Wie viel Energie hast du denn? Du hast so wenig Energie. Warum denn? Jetzt kannst du dich selber heilen. Jawohl. Ja, da ist der große Down und... ...haben wir es geschafft. Das sind harte Kämpfe, muss man ernsthaft sagen. Das ist nicht ohne. Aha. So, kann ich den jetzt hier mal... Ach nee, den habe ich schon gelootet, ne? Ja. Gut, gut. Habe ich gespeichert? Ja, habe ich. Einmal die Map angucken. Da unten geht es weiter. Ich glaube, wir gehen mal nach unten hier. Was haben wir hier? Och, ein ganz wunderbar aussehender Gang. Ja, das sieht total gut aus. Total gut. Hier brennt eine Fackel. Warum brennt da eine Fackel? Okay. Elfenbeinspinne. Okay, die war schnell down. Da haben wir nicht groß was machen müssen. Die waren jetzt nicht so wild. Haben wir mal nichts gedroppt. Ei, du Scheiße. Da rennen wir lieber weg. Okay. Hier ist dann doch was, was aussieht wie ein Boss. Like a Boss. Ist nicht like a sir, sondern like a boss. Da würde ich dann aber ernsthaft sagen... Wir rasten gleich erstmal eine Runde. So. Oh, das wird jetzt wieder ein bisschen heftiger. Du wolltest mal den um. Du machst mir hier schön einen auf... Ich brenne euch alle weg. Du heilst den. Du machst den hier. Und du hast nichts mehr über. Äh, schön. Ah, doch. Du machst mal den hier. So. Jetzt bist du hier. Ich mach's mal den hier völlig kaputt. Ach nee. Okay, das funktioniert nicht. Dann bolz den um. Und bolz den auch noch um. Puh. Ähm. Hast du noch irgendeinen Zauber über? Ist nicht ohne. Ist nicht ohne. Nee, der muss doch da ganz alleine machen. So. Dann kloppen wir jetzt mit allem, was wir haben, auf die Spinne ein. Du musst ihn mal heilen hier. Ah, das war's schon. Da würde ich sagen, einmal speichern, einmal rasten. Müssen wir einfach, weil... So, dann werden wir die, äh... Das dicke Vieh da mal versuchen. Wenn wir schon alle Zauber haben. Also mir sieht das aus wie ein Bösslein. Er sagt auch, of course sieht das aus wie ein Boss. Hi. 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 Like a Boss. Like a Sir. Like whatever. Ich mach euch staunen, ja. Ich schau euch um. So, da wollen wir mal gucken hier. Äh, wie macht man das jetzt? Kriegen wir die alleine gepullt vielleicht? Vielleicht kriegen wir die alleine gepullt. Einmal gucken. Einmal gucken. Oh, nein. Ach, das ist ganz schön anstrengend. Wie macht man denn das? Kannst du vielleicht... Oh, scheiße. Hab nach hinten. Ach, du Kacke. Das war jetzt aber eine ganz dämliche Idee. Du machst da mal hier den und machst die alle weg. Du machst schon mal den, wenn du eh schon rumstehst. Und du... Göttlicher Schrecken. Machst du noch den hier in Göttlicher Schrecken. So, du knallst den jetzt um. Du versuchst den Boss umzubolzen. So, jetzt machst du einmal hier den Gesundheitsrum. Und du heilst dich selber und du... Machst mal den. Hat ja gut geklappt. Wunderbar. Nicht. Wie einmal eine Deor. Fehlschlag. Ganz geil. Dann machst du den hier. So, du machst mal hier die Dingens an. Und du halt den Kollegen jetzt. Während du... Was ist denn hier? Heilige Macht. Äh... Teil, Stärke, Wirkung zu verbinden, wiederherzustellen. Alles klar. Dann machen wir mal... Das mal hier. Und dann haust du... Ach, er ist bewegungsempfähig. Ganz toll. Ah, da war sie schon down. Hahaha. Völlig einfach, das Gute. So, was haben wir denn hier? Oha. Ein Stilett einhändig. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir das vielleicht gebrauchen können. Was haben wir hier? Hier geht's weiter. Hier, uh, da ist was, was ich mal angucken kann. Vielleicht... Hier kann man 140 Gold oder was auch immer das ist hier mitnehmen. Ist ja wunderbar. Freut mich ein bisschen. Und hier geht's aber auch wieder weiter. Uh, das ist, äh... Die Karte ist mir echt nicht, äh... Nicht geheuer hier. Das geht... Was ist das denn? Na, das sieht ja interessant aus. Ah, da oben geht's raus. Ah, das ist hier dieser Stein, ne? Wo... Der Wächter sowieso... Eigentlich irgendwo im Schloss. Wie komm ich denn eigentlich hier rein? Doch, warte mal. Ich bin da über das Schloss hingekommen, ne? Was ist hier? Nichts gut. Dann wollen wir erstmal hier noch zu Ende, äh, rumwuseln. Denke ich. Irgendwie fehlt mir einer. Mal gucken, ob wir hier noch weiterkommen. Ich würde gerne so ein Rastzeug finden. Mal auf Dauer. Ist das nicht... Nicht so schön. Oh, ich hab ne Rolle gefunden. Die kann ich irgendwie mit dem Zauberer... Was ist das? Ein Plünderer. Was macht denn hier jetzt ein Plünderer? Das sind... Oh, was machen denn hier jetzt 100 Plünderer? Scheiße. Hab ich gespeichert? Ich hoffe. Ähm, du... Versuchst mal mit... Äh... 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 Was haben wir denn hier? Ne. Das ist nicht so schön und die kann ich nicht benutzen hier. Was macht das denn, kleine, gesunde Verbündung zu heilen? Heilen will ich jetzt aber gar nicht. Geht auch nicht. Die Gesundheit ist ja überall da. Ach, Mann, ey. Du machst erst mal den hier. Du machst den... Nein, du machst... Äh? Du machst... Achso, ich kann nur... Achso. Hahaha. Oder kann ich... Was macht das Ding? Ich kann... Vielleicht mal wieder eine Verbrennung zu meinen nächsten Angriffen zufügen. Das ist ja wie das. Kann ich? So, das sieht ja super aus. So, jetzt du... Ähm... Machst mal hier ein kleines Feuerchen. Du machst gleich mal hier deine komische Pinökel-Dingens. Du machst, was auch immer du sonst so tust. Du versuchst mal, den hier umzuknallen. Du... Machst das weiter, was du da machst. Und gehst jetzt noch da. Und jetzt machst du den. Und dann machst du... Einmal den. So, jetzt gehst du da noch einmal hier. Heile, heile Gänzchen machen. Du schmeißt den da um. Und du rennst mal nach da. So, und ihr macht kurz den da kaputt. Der nervt nämlich voll. Äh, was hast du denn hier? Versuch mal das, bitte. Naja, das klappt so halbwegs, oder? Oh Gott. Du musst, äh, hier mal den, äh, Priesterchen heilen. Kannst du hier nicht irgendwie... Was macht das denn? Bestraf dein Ziel für seine Sünden. Dann machen wir das doch mal. Hast du ihn jetzt mal für deine Sünden bestraft? Jetzt hier mal ein bisschen mit aufhauen, kurz. Wohl nicht. Okay, so, jetzt kommst du da hin. Dann kommst du da hin. Und ihr macht jetzt alle den hier fertig einfach. Wieso heilt der sich denn? Naja, war kein einfacher Kampf. Haben wir aber hingekriegt. Aber ich sehe auch gerade... Folge ist vorbei. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns morgen wieder bei Pillars of Eternity. Und, äh, Kommentare lassen und sowas, ne? Und Kekse, äh, Kuchen, Kuchen, Kekse auch. Kekse sind ja nur kleinere Kuchen. Man kennt das ja. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dann los, äh, Kuchen.